Herzlich willkommen, Leute, zu einer weiteren Podcast-Folge hier bei SteilMMA-TV. Ich bin immer noch Tom, das ist immer noch Daniel. Grüßt euch. Was geht ab, Alter? Tom, wie geht's dir? Ehrlich? Polnerallergie macht mich fertig zur Zeit. Achso, ich dachte, Hühnerangriff. Hühnerangriff auch. Gerade eben hier hat Jack Russell von meinen Nachbarn schön einmal durchs Gehege gefegt. Aber alle noch am Start. Das heißt, Daniel verdrung ich nach Hause. Ich hab schon gehofft. Aber nein, Spaß beiseite. Nee, mir geht's sonst gut. Ich hatte heute eine extrem gute Physio-Einheit. Hat mich dolle müde gemacht. Und sonst ist es nur die Polnerallergie, die nervt. Aber es auch. Also wundert euch nicht, wenn Tom's Stimme komisch klingt. Polnerallergie kickt rein. Tom, worüber wollen wir heute sprechen? Wir haben heute Thema Regelwerk mitgebracht im MMA, beziehungsweise uns ein bisschen darüber Gedanken gemacht. Wir wollen es jetzt nicht erklären, sondern das mal so ein bisschen kritisch hinterfragen. Genau. Was ist verboten? Was sollte vielleicht wieder eingeführt werden? So in die Richtung soll das Ganze gehen. Genau. Und vielleicht auch so ein bisschen philosophischer betrachten, was man noch ändern könnte, um MMA noch interessanter zu machen. Vielleicht ganz kurz vorweg. Wie sind denn die Regeln entstanden? Also MMA, wisst ihr, ist ein relativ neuer Sport. Ich glaub, die modernen Anfänge kann man, ich glaub, in Japan und so war das schon ein bisschen Thema. Oder in Asien generell. Aber in Amerika kam's ja durch die UFC. Groß. Ich glaub, die wurde 1993 gegründet, wenn mich nicht alles täuscht. Und da gab's halt davor nur Boxen. Ja, und man hat das halt versucht zu kommerzialisieren, das heißt ins Fernsehen zu bringen. Deswegen durfte man, oder musste es Regeln geben, also damit es kein Kampf auf den Tod war. Wie man das immer stereotypisch so sagt. Früher waren noch andere Regeln präsent als jetzt. Weißt du welche? Was man früher durfte? Also ganz in den Anfängen, so 93. Also in der UFC. Tatsächlich nicht. Also ich weiß, sind's die Regeln, die jetzt auch noch bei One gelten quasi? Nee, sogar noch krasser. Noch krasser. Nee, dann erzähl mal. Kopfstöße waren erlaubt? Kopfnüsse. Ja, okay, das hatte ich mal gehört, ja. Ich weiß nicht, ob das erlaubt erlaubt war oder ob da einfach beide Augen zugedrückt wurden. Quasi. Weil ich weiß, Mark Coleman, der Ringer, also der hat halt alle im Ring gefinisht. Der hat das halt nicht gejuckt, ob der in der Gart war oder nicht. Der hat halt mit Kopfnüssen extrem viel Schaden gemacht. Das ist geil. Das war... Brutale Waffe. Das war halt möglich. Oder selbst sowas wie... Ich weiß nicht, ob das erlaubt war oder... Ob die das einfach nicht so kritisch gesehen haben. So Eye-Pokes waren die... Oder vielleicht waren die einfach unfair an damals, weil die das halt noch nicht so intensiv... Und ich wollte... Vielleicht war damals auch so, dass... Kannst du machen, wie du willst, kriegst keinen Punkt für abgezogen. Ja, genau. Ich weiß jetzt nicht, ob das die Regeln erlaubt haben, aber die waren dann nicht so hart hinterher. Und ich glaube dann im Zuge der Konverenzialisierung, dass du das ins CV bringen wolltest, das größer machen wolltest, durch Athletikkommissionen durchspringen musst, musste ein Regelwerk erfunden werden. Und das ist, glaube ich, mehr oder weniger das, was wir heute haben. Was... Wie gesagt, der Sport ist neu. 93 ist gegründet, wenn man zum Vergleich Boxen sieht, was es was... Keine Ahnung, wie lange es schon gibt. Gibt es da immer noch Regeln, wo wir jetzt sagen, boah, modern MMA macht das eigentlich keinen Sinn. Also, wie der Status Quo ist. Fällt dir da jetzt erstmal spontan was ein? Ich würde sagen, wir gehen so vom Groben bis hin ins Detail. Fangen wir erstmal so vom Aufbau des Kampfes an. 3x5 Minuten. Können wir gerne. Das heißt, wir kämpfen 3x5 Minuten, wir beziehen uns jetzt nur mal auf den Profibereich. Und wir beziehen uns jetzt mal nur auf den Status Quo UFC, also wie es jetzt ist. Und dann können wir, wagen wir noch die Blicke in die anderen Organisationen oder andere Jahre und geben dann unser Feedback, was wir für richtig oder falsch achten. Was sagst du aus Sicht eines Zuschauers? Macht 3x5 Minuten Kämpfen Sinn? Also, ich glaube, aus Sicht des Zuschauers ist es attraktiver, Pausen zu haben. Beziehungsweise Zuschauer, Schrägstrich, für einen Promoter ist es halt extrem. Wichtig. Ja, das ist lustig, weil ich hätte gesagt, aus Zuschauersicht, keine Pausen. Also, vielleicht bin ich auch schon so gewöhnt an diese Zeiten, dass das für mich normal ist und ich sage, das ist positiv. Aber manchmal hast du halt diese Runden, wo du sagst, okay, jetzt eine Pause, um selber so darüber zu sprechen. Oder, dass die beide nochmal fit reinkommen, ein bisschen mehr Action gibt. So kann man es natürlich auch sagen. Oder es ist halt auch cool, weil ich gucke mir das gerne an, wie reagiert der darauf, dass die erste Runde zum Beispiel scheiße lief? Was sagt der Trainer ihm? Weißt du, wo kann er da diese Adjustments machen? Du bist auch kein normaler Zuschauer mehr, muss man sagen. Ich konsumiere das vielleicht manchmal einen Tick anders, ja. Mehr aus dieser Trainerperspektive. Ja. Aber deswegen finde ich es cool. Für einen Veranstalter muss man sagen, Werbemöglichkeiten. Also Werbespots etc., das ist da schon. Die sollen sich ficken, diese Veranstalter. Ja, nein. So wie du gerade argumentiert hast, so sehe ich das aus Sicht des Kämpfers. Mhm. Mit einem Trainer sprechen, austauschen, Luft holen, wieder nur reinkommen, macht Sinn, definitiv. Bei einem Zuschauer denke ich mir, alter geil, ich weiß, der Kampf geht jetzt 10 Minuten, 15 Minuten vielleicht. Ja, wie ich ausmolgen. So, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, wenn du 10 Minuten am Stück kämpfst, dass du über Punkte gehst? Ja, also guter Einwand. Wir können ja erstmal den direkten Vergleich ziehen, weil Pride. Pride hatte ja damals ein anderes Rundensystem. Pride hatte glaube ich 10 Minuten Runden. Einmal 10 und dann einmal 5 oder so. Irgendwie so, oder teilweise sogar einmal 20 durch. Also ganz, also ich bin mir nicht mehr sicher. Aber die hatten auf jeden Fall ein ganz, ganz anderes System. Was natürlich einem wirklichen Kampf näher kommt, ja. Und du hast ein ganz, ganz großes Problem, was die UFC hat. Mit diesen 3x5 hast du halt bei Pride nicht. Und zwar, und ich glaube, das ist ein sehr, sehr großes Thema, was mir, sag ich jetzt mal, tendenziell eher in den Karten spielen würde. Und zwar, dass du als, oder nach der Unterbrechung wieder am Stand anfängst. Ja. Das ist halt extrem, und nochmal, ich bin eher so, wenn du mich eher einordnen würdest, bin ich mehr an dem Standkampf interessiert, sag ich mal. Deswegen ist es positiv für mich, dass der Kampf am Ende der, am Anfang der Runde wieder im Stand anfängt. Aber es ist für einen Grappler extrem unfair, muss man sagen. Weil oft haben die, kämpfen die dann mit, einen überhaupt erst runter zu bekommen. Und das dauert oft, eine Menge Zeit. Und dann hast du halt, also du brauchst ja beim Grappling, okay, bis du in die Position kommst, bis du hier passierst. Weißt du was ich meine? Du brauchst halt so eine bestimmte Zeit, um den Kampf am Boden aufzubauen. Und dann ist es mal schon vorbei. Was hältst du davon, dass, angenommen wir kämpfen, wir beide gegeneinander, 5x5, 3x5 Minuten. In der ersten Runde, letzte Minute, ich hole dich runter und du liegst auf dem Rücken, dass wir in der zweiten Runde so wieder starten. Es wäre wahrscheinlich das Fährste. Es wäre fair auf jeden Fall. Ja, es wäre das Fährste. Aber ich glaube, für das Mainstream-Publikum und am Ende des Tages ist die UFC daran interessiert. die Zuschauerzahlen zu maximieren, da zieht Standkampf halt mehr. Die Deutschen würden alle bohnen. Ja. Die haben keine Ahnung davon. Stell dir vor, du hast einen guten Grappler, der holt ihn in einer Minute Runde und durchgehend bleibt der Kampf auf dem Boden. Weißt du, vielleicht ist es auch immer so, ich erinnere mich an den Khabib-McGregor-Kampf. Natürlich ist das schade gewesen für Khabib, weil wenn er wollte, hätte er nach dem ersten Take dann hätte er den so 25 Minuten unten gehalten, ohne Frage. Aber das war ja immer so dieser Spannungsfaktor. Wenn du wusstest, okay, der Kampf fängt wieder am Stand an, jetzt ist wieder alles möglich. Ich glaube, ich muss aufpassen, dass du den Linken nicht führst. Also als Zuschauer würde ich auch sagen, als Kämpfer auch, wenn ich überlege, gegen Rasul Magomedov, wo ich gekämpft habe, da hätte ich wahrscheinlich nicht mal drei Runden geschafft, würden wir wieder am Boden starten. Da hätte ich ja gar keine Chance gehabt. Ja, und wenn du es so aus der rein, rein, rein sportlichen Brille siehst, ist es wahrscheinlich besser, wenn man quasi wieder anfängt, wo man aufgehört hat. Also war der Kampf am Boden und der Gegner war in der Mount, dann fängt er in der zweiten Runde auch wieder aus der Mount an. Aber so aus Publikumsperspektive muss ich sagen, ist das schon cooler. Ja. Es bringt aber, gut, dass du es angesprochen hast, diese Rundenzeit bringt ja auch gleichzeitig mit einher, dass die Beurteilung anders wäre. Momentan ist es ja so, also ich glaube, damit machen wir eines der größten Probleme der UFC auf, Kämpfe richtig zu werten. Vielleicht für die Zuschauer zu Hause, jetzt wieder ein bisschen driften in die Vergangenheit. UFC ist entstanden mit der Athletik-Kommission aus, oder die Athletik-Kommission, die die UFC-Regeln quasi erstellt haben, kommen ja aus dem Boxen. Und aus dem Boxen gibt es klassischerweise das 10-9-Punkte-System. Das heißt, gewinnst du eine Runde, kriegst du 10 Punkte und dein Gegner 9. Angenommen, ich habe jetzt also einen Drei-Runden-Kampf, wo ich alle Runden gewinne, ist es bei mir 30-27 für mich. Das Ding ist, zwei große Probleme. Das größte Problem, die Ringrichter werden von den Athletik-Kommissionen des Staates gestellt. Das heißt, die UFC hat keinen Einfluss drauf, wer die Ringrichter sind, also die Punkte, wer jetzt Punktrichter, die Punktrichter sind. Die kommen meistens aus dem Boxen und haben keine Ahnung von MMA. Das ist das große Problem, deswegen siehst du extrem viele Fehlurteile. Und das Zweite ist, es gibt diese 10-8-Rounds, das heißt, wenn einer besonders dominant war oder Fasca O war, gibt man denen eine 10-8 quasi, weil die Runde umso deutlicher war. Aber das wird dem Ganzen auch nicht ganz gerecht. Du weißt, was ich meine? Das ist trotzdem noch sehr, wie so ein Videobeweis beim Fußball, wo auch keiner weiß, was los ist. Das hättest du bei einem 10-Minuten-Kampf oder einem Kampf, wo es quasi nur eine Runde gibt, hätte es das nicht. Jetzt nochmal extremer gedacht. Was ist, wenn wir gar keine Runden machen und sagen, okay, bis einer aufgibt oder K.O. ist? Gab es früher in der UFC. Was hältst du davon? Als Zuschauer würde ich sagen, boah, geil. Ist dann aber schon wieder, wir bewegen uns hier aus dem Niveau von Kurz so ein bisschen, King of the Streets. Weiß ich nicht. Schwierig so. Als Kämpfer weiß ich nicht. Ich will nicht lügen, ich glaube, das hat die UFC mal gemacht. Ich bin da nicht so drin. Aber dann hat ein Kampf zwei Stunden gedauert. Ich weiß nicht, ich glaube, das war Gracie, in Gracie-Kampf. Safe-Grappler, ja. Und jetzt stimmst du vor, dass du Kart mit 20 Kämpfen. Das ist wieder aus Promoter-Sicht. Du hast Medienverträge, du hast... Ja, ja, safe. Das ist halt schwierig. Aber hättest du zum Beispiel, würdest du sagen, scheiß mal auf 3x5. Einmal 15 Minuten. Ja. So, gib ihm, ohne Pause. Und du bewertest gar nicht, was zwischendurch passiert, weil das jetzt, kommen wir wieder zum nächsten Punkt, sondern du bewertest, wer am Ende des Kampfes besser aussieht. Mehr Schaden, weniger Schaden hat, ja. Guck mal Makaschew gegen Volkanovski an. Meiner Meinung nach hat Makaschew nach Punkten klar gewonnen. Nach dem System. Wenn man nach Schaden geht, hat Volkanovski gewonnen. Aber guckt dir mal nach den 25 Minuten Volkanovski und Makaschew an. Ja. Wer sah, also... Volkanovski sah nicht so aus wie der Verlierer. Makaschew musste da so halb... Save, ja. Weißt du, was ich meine? Save. Auch schon wieder ganz andere Herangehensweise. Aber auch sehr interessant. Da kommt dieses Punktesystem an ein Limit. Ja. Aber andererseits musst du natürlich auch berücksichtigen, was am Anfang des Kampfes passiert ist. Anderes Beispiel, Nate Diaz gegen Edwards. Nate Diaz wurde durchgehend dominiert. Edwards hat ihm keine Chance gelassen. Am Ende trifft Diaz ihn extrem hart und holt fast schon den Sieg. Und nach der Logik hätte quasi Nate Diaz den Kampf gewonnen, obwohl er quasi nicht präsent war. Save, ja. Vier Runden nur aus Moll gekriegt, ja. Ja. Keine Ahnung. Wenn du jetzt den Kampf... Jetzt habe ich noch... Sorry. Jetzt kommt noch ein Szenario mit rein. Jetzt gucken wir zum Kickboxen. Wie macht das Glory? Das finde ich cool. Und das gibt eine gewisse Transparenz. Und die sagen, nach jeder Runde, wie die Runden gewertet wurden. Ja, das finde ich auch nicht verkehrt. Du weißt also, gleich nach der ersten Runde... Okay, das Ding ging nicht in meine Richtung. Ich muss... Also es ist taktisch ganz anders. Wenn ich weiß, ich habe zwei Runden sicher, dann werde ich wahrscheinlich defensiver kämpfen. Aber mein Gegner muss aufmachen quasi. Stellwur, wir hätten das gewusst bei dem Ehrenkampf. Ja, ja, genau, genau. Wo wir sicher waren, wir haben eigentlich zwei Runden geholt. Ja. Was aber nur anscheinend nicht so war. Ja, safe. Das taktisch wäre auf jeden Fall richtig gut. Natürlich können manche jetzt sagen, ja, aber dann wird der eine komplett defensiv kämpfen. Aber das ist wie beim Fußball. Das ist cool. Das zaktieren. Okay, jetzt alles auf eine Karte. Safe ist ja da nicht anders. Genau, so meine ich. Bei Glory funktioniert es ja auch super. Ja. Und was ich auch komisch finde, oder wie man dem auf jeden Fall entgegenwirken könnte, ist, warum zum Teufel haben die nur drei Punktrichter? Nimmt doch zehn. So weißt du, was ich meine? Wenn da einer verkackt oder zwei verkacken, dann holen sie die anderen raus. Wenn bei drei Punktrichter einer verkackt und der andere so halb, dann hast du den Kampf auf den Kopf gestellt. Ja. Das ist so. Also zehn war jetzt auch irgendwie aus der Luft gegriffen. Ja, aber doch. Statt drei machen wir sechs. Und? Und ich schwör's dir, nimmt einfach Leute, die davon Ahnung haben. Das ist natürlich immer mit der Befangenheit komisch, weil der trainiert wahrscheinlich den. Und weißt du, das ist bestimmt nicht immer ganz unparteiisch, aber solche vom Kaliber Ferrasa-Habi oder so, weißt du, den Sport vollumfänglich verstehen. Weißt du, weil, wie gesagt, da sitzen ganz viele ehemalige, oder die heute noch Boxkämpfe begleiten und bewerten. Natürlich verstehen die nicht, wenn da eine Bodentransition oder ein paar Scrambles, die checken das gar nicht. Ja, safe. Weißt du, die merken, einer liegt nur oben und chillt und der andere versucht die ganze Zeit nur ein paar Missions zu machen. Wer ist jetzt also, wem gehört die Frequenz? Weißt du, was ich meine? Deswegen ist so dieses Punkte-Ding extrem, ja, schwierig, also, ist ein Thema für sich. Wenn du jetzt sagen müsstest, dass wir in die Rahmenbedingungen für den Kampf, Punktesystem, Rundenlänge, Pausenlänge, was würdest du sagen, was wäre für dich das, worauf du am meisten Bock hättest? Jetzt rein aus meiner Sicht, nicht wie es am fairsten ist, sondern so. Nur so, darauf hätte ich persönlich Bock. Ich hätte 3x5 behalten. Ich auch. Ich hätte statt 3 Punktrichter, die keine Ahnung haben, hätte ich 5 genommen, die Ahnung haben. Und Punkte nach der Runde immer ansehen. Und nach jeder Runde werden die Punkte angezeigt. Sogar so auf Bildschirm oben, wo alle Zuschauer sehen, so, oh, fuck, so richtig mehr Show machen. Was hältst du davon, wenn man statt 3x5 5x3 macht? Nee, damit haust du die Grappling-Leute ja noch mehr in die Pfanne. Die machen Take-Down, kommen gerade Side-Controls die ganze Zeit. Das war der Gedanke dahinter. Aber das ist immer Amateur, du kennst das ja. Ich habe an meine Ausdauer gedacht, deswegen. Das haben wir keine 5x. 3x5 macht schon Sinn, ja. Aber wie war es denn bei dir? Also, du kannst ja so sagen, du hast ja auch auf 3-Minuten-Runden gekämpft. Tatsächlich selten. Ich habe gefühlt meine ersten Kämpfe alle in der ersten Runde beendet. Ja, ja. Jetzt zuletzt fiel über 3x3. Und ja, ich muss sagen, 2 Minuten mehr wäre schon kritisch gewesen von Ausdauer. Aber, so ehrlich muss man auch erst mal sein. Macht für den Kampf natürlich schon mehr Sinn, für den Kampfverlauf, weißt du? Ja, safe. Ja. Vor allem, ich habe das Gefühl, ich brauche auch mal so ein bisschen, um in den Kampf reinzukommen, ein bisschen zu starten. Und da macht eine längere Runde schon Sinn, weißt du? Ja. Und würde mir dann da wieder in die Karten spielen. Ja, safe. Aber an sich, ich gehe mit. 3x5 Minuten, mehr Punktrichter. Punktrichter, die Ahnung haben, nach jeder Runde die Punkte ansagen, wäre cool. Und das wären unsere Rahmenbedingungen. Ja. Jetzt gehen wir in Techniken, Kampftechniken rein, die erlaubt sind oder auch nicht. Was sagst du zu Soccer-Kicks? Soccer-Kicks, für die, wir haben schon Freit, Fußball-Kicks. Das heißt, wenn der Gegner am Boden liegt, trittet zum Kopf mit Anlauf quasi. Ich habe einen harten Schuss, deswegen würde ich sagen, ja. Und ich habe mal einen harten Kopf, deswegen auch, ja. Die sollen sich ruhig ihre Füße brechen. Also, Soccer-Kicks vielleicht nochmal vorweg. Sieht sehr, sehr brutal aus, ist es auch. Ist es auch. Also brauchen wir nicht drüber quatschen. Aber, bei Pride war es erlaubt. Pride, quasi die Anfangsorganisation in Japan. Und bei One auch, wenn mich nicht alles täuscht. Müsste erlaubt sein. Bei der E-Mach war es nicht erlaubt, einer hat es trotzdem gemacht. Da habe ich zum ersten Mal einen Soccer-Kick so live mitgekriegt. Das war heftig. Der Spanier ist K.O. gegangen und wurde eine Viertelstunde später aus dem Käfig getragen. Ja. Das war krank, Alter. Aber prinzipiell ist es quasi das Realistischste, was, also ich meine mal so, ich sage mal so. Alles, was ein Kampf, so wie er natürlich stattfinden würde, einschränkt, desto unnatürlicher ist er. MMA ist ja von einem Kampfschlager am nächsten dran. Ja, weißt du, was ich meine? Das hemmt das ja auch so ein bisschen. Ja, ja, das Ding ist, ich glaube, man denkt, es ist brutal, weil es verboten ist. Aber an sich, eine Schlaghand in die Fresse kriegen ist auch brutal. Ein High-Kick in die Fresse kriegen ist auch brutal. Das meine ich. Natürlich, Soccer-Kick, weil man denkt, man liegt am Boden, ist meistens ungeschützt. Dementsprechend kassierst du halt voll den Elfmeter. Kann so sein. Wird wahrscheinlich auch meistens so sein, aber... Weißt du, was... Weiß ich nicht. Ob das, ob man sagt, die Technik ist so viel krasser als andere, weißt du? Die Frage ist halt auch, und man könnte ja unterscheiden, okay, so, guck mal, Soccer-Kick, wenn der andere bewusstlos ist. Quasi wie hinterhergehen und nachspringen. Dann ist schwierig. Aber das kann man ja einschätzen. Dann sollte man das nicht machen. Aber... Kommt drauf an, was der Trainer dann reinruft. Ja, Ralf. Aber wenn... Wenn zum Beispiel ein Kampf ganz normal stattfindet und der Gegner, was ich zum Beispiel mag, ist, der Gegner legt sich auf den Rücken und denkt, das ist safe. Mit einem Soccer-Kick, versuch mal die ganzen BJJ-Jungs irgendwie... Ich pass hier die Gart und tritt in die Fresse. Was machst du dann? So, der Gart spielt sich auf dem Rücklegen und sagt, komm. Bro, wenn ein Soccer-Kick ist, das wäre ein ganz, ganz einfaches Ding. Also, ich habe eine klare Meinung dazu, die sich jetzt in den letzten drei Minuten gebildet hat. Weil ich dachte auch, das ist okay, doch schon dolle brutal, aber am Ende sehe ich es nicht schlimmer als andere Techniken. Dementsprechend wäre ich dafür. Ich bin... Oder ich sage mal, ich bin nicht dagegen, dass es verboten ist. Ich bin mit Einschränkungen dafür. Ich sage, man darf keinen Soccer-Kick machen. Es ist schwierig, das durchzubringen, wie man das Sinn bekommt. Aber es sollte kein Soccer-Kick erlaubt werden, wenn der Gegner schon quasi ohnmächtig ist. Ja, Mann. Aber wenn einer quasi so auf dem Gart pullt oder auf dem Rücken liegt und sagt, komm her. Oder was John Jones immer macht. Er läuft so in den Kampf rein, so auf allen Vieren. Weißt du, was ich meine? Prinzipiell darfst du da ja keinen zum Kopf treten. Tritt zu, Alter. Tritt zu. Also, weißt du, was ich meine? Wenn du die Regeln quasi unnatürlich ausnutzt, dann sage ich, hau rein. Ja. Kommen wir gleich zum nächsten Thema. Knie am Boden zum Kopf. Knie am Boden zum Kopf. Geht in dieselbe Richtung. Was sagst du dazu? Digga, lustig. Wenn ich das höre, denke ich an einen Kampf, ich glaube, von Peter Sobotta. Er hat damals gekämpft, da war das noch erlaubt. Und da hat er Knie am Boden gemacht zum Kopf. Ich denke da auch an einen Peter, aber der Peter ist Peter Jan. Daran habe ich gar nicht gedacht. Ja, Bro. Das ist für mich so, also, das prädestinierste Beispiel. An so eine Position habe ich gar nicht gedacht zum Beispiel. Ich dachte, du liegst auf dem Boden, auf dem Rücken, ich in der Side-Control, drehe mich um und hau dir schön auf den Kopf zum Knie. Das ist ja wieder so dieses Thema, weil diese Regelung, wann ein Kämpfer grounded ist, das heißt, wann er am Boden zählt, ist erstmal von Start zu Start, glaube ich, unterschiedlich, also von Commission zu Commission. Manchmal reicht es, wenn nur ein Knie am Boden ist. Manchmal gibt es diese... Drei-Punkt-Regel. Drei-Punkt-Regel, das heißt, wenn die Füße und eine Hand am Boden sind, oder Fuß, Knie und... Oder so, ich weiß, ich bin da nicht so drin. Ja, wenn drei, ja, ja. Dann darf man nicht zum Kopf treten. Und was ich mega affig finde, und ich schwöre es dir, da denke ich mir, knallt durch einfach aus Prinzip, wenn die Leute, das siehst du ganz häufig, die sind am Cage und die chillen so, warten auf diese... oder nutzen diese Drei-Punkt-Regel extra so aus, damit der Gegner nur schlagen kann. Weißt du, was ich meine? Die lehnen sich am Cage, haben extra unnötig eine Hand am Boden, weil die wissen, sonst kommt ein Knie. Natürlich, die nutzen das Regelwerk voll und ganz aus, aber da denke ich mir so, das schränkt das einfach nur extrem ein. Weißt du, was ich meine? Da wurde das quasi ausgenutzt oder falsch ausgenutzt. Oder die Regel negativ ausgenutzt. Oder wieder schlau gekämpft. Ja, ich weiß, schlau gekämpft, aber das ist für mich nicht die Essenz des Kämpfers. Ja, aber es ist so, das ist so, keine Ahnung, deswegen finde ich One auch geil. Demetrius Johnson ist zu One gegangen und ich glaube, der wurde in seinem ersten Titelkampf mit Knie am Boden ausgenutzt, weil er kommt ganz normal hoch, so UFC-like-mäßig, da hätte keiner ein Knie gemacht oder durfte keiner ein Knie machen. Bei One, puff, sofort Knie rein. Also das ist näher am wirklichen Kampf. Für mich zählt das so nah, wie es geht. Also nehmen wir mit, Knie am Boden erlaubt. Also so wenig Einschränkungen wie möglich. So viel Schaden wie möglich. So viel Schaden wie möglich, so wenig Einschränkungen wie möglich und so realistisch wie möglich. Das ist quasi meine Devise, was das angeht. In zehn Jahren sitze ich hier, kann mich nicht mehr mit dir unterhalten. Doch, aber ich glaub das nicht. Original so sah es Tom nach dem Kampf in Italien. Original so war es richtig kaputt, aber einfach nur vor Müdigkeit. Da war ich echt tot. Also so, Bro, wie habe ich ihn überhaupt in den Takedown gezogen? Ich weiß es nicht mehr. Du warst richtig weg. Da war ich wirklich weg. Keine Ahnung mehr gehabt. Ich habe hier noch etwas. Und zwar hat es wieder damit zu tun, dass der Schiedsrichter, der Ringrichter sich zu sehr involviert. Und zwar siehst du das ganz häufig, dass wenn Leute im Klinschnitt am Käfig oder besonders wenn Leute am Boden sind und da nicht genug Action passiert, dass der Ringrichter sagt, hoch. Was sagst du dazu? Kommt drauf an, welcher Schiedsrichter? Bei GMC einmal gegen Tony Sippeis. Das war so das größte Negativbeispiel, was geht. Ansonsten, Digga, das muss man auch von Situation zu Situation unterschiedlich bewerten. Weil eigentlich würde ich sagen als Zuschauer, ja go, lass Action passieren. Aber manchmal, wir als Kämpfer wissen, was da eigentlich passiert und der Schiri unterbricht das viel zu früh. Ja, guter Punkt. Ich sehe das auch aus, also du kannst aus zwei Brillen sehen. Einmal aus der Promoter-Sicht, klar, macht Sinn, hoch. Die Leute lieben Stand und die Leute lieben Action, also Bewegung. Ja. Ich denke mir aber, aus dieser Fair-Play-Sicht, so wie kriegt man den Sport so sauber und fair hin, wie es nur geht, ist das ein absolutes No-Go. Und es ist scheißegal, wie langweilig das ist, weil du benachteiligst den Kämpfer, der momentan den Kampf dominiert. Weißt du, was ich meine? Ich finde, einer sollte sich durch Festhalten und extreme Passivität, weil das machen manche ja, die wissen, okay, ich lande auf dem Rücken, ich habe keine Escapes oder Admissions, deswegen halte ich so fest, wie es geht und versuche einfach, den Kampf tot zu machen für eine gewisse Zeit, um danach quasi wieder hochzukommen. Genau. Ich finde, sowas sollte nicht belohnt werden, weil es gehört ja auch dann irgendwo technisch dazu, sieh zu, dass du hochkommst. Das ist genau so eine Aufgabe. Ja, hast du vollkommen recht. So. Und voll häufig, jetzt kommen wir wieder zu einem Beispiel, das du angeführt hast, ich weiß nicht, was mit den Schiedsrichtern los ist, die Leute, wie gesagt, grappling dauert halt eine Zeit, das ist nicht so einfach wie bei einem Standkampf, du musst den Kampf halt aufbauen, von Position zu Position und dann heben die die Leute einfach hoch. So, wo ich mir denke, Bro, der entwickelt da gerade was. Der hat gerade hier eine Submission eröffnet oder sonst was. Vielleicht kannst du ja nochmal drauf umgehen, das war bei GMC, Tony hat gekämpft, war das gegen, Alter, den Glorick, Aqib, war das gegen den Aqib? Weiß ich nicht, muss auch einer aus dem Fight Club Guys in Kirchen gewesen sein, oder? Sonst hätten die da nicht ihn hochholt. Wie ist der Schiri nochmal? Nordin Aston. Aston, genau. Ja, Digga, das war echt eine richtige Frechheit. Also sowas, ich weiß aber nicht mehr genau, wie die Szene war, muss ich ehrlich gestehen. Ich glaube, ich gucke erstmal, wer der Gegner war, damit ihr euch das angucken könnt. So, auf jeden Fall bei GMC und ich glaube, Tony halt ein sehr, sehr starker Bodenkämpfer hat gegen einen, ja, das war gegen Aqib bei GMC, sein erster Profikampf. Ähm, Tony, ein sehr, sehr starker Bodenkämpfer, hat gegen einen sehr, sehr starken Striker gekämpft und hat den halt runterbekommen. Man muss sagen, wie gesagt, das war bei GMC, ich glaube, GMC hat auch den Gegner gestellt, den Aqib. Und, äh, Tony war, hat sich gerade in die Side-Control, wenn ich alles täusche, passiert, also in die Side-Control passiert, was eine starke Position ist und gerade, wenn man ein extrem guter Submission-Spezialist ist, so wie Tony. Und der Schiedsrichter holt ihn hoch und lässt den Kampf weiter im Stand laufen. Wo ich mir denke, Bro, das ist Standkämpfer gegen Bodenkämpfer. Tony, also der Bodenkämpfer hat es geschafft, den Kampf dahin zu bekommen, wo er will. Arbeitet dort, arbeitet da von Position zu Position und dann, wenn es gefährlich wird, holt es die beiden wieder hoch. Das ist schon ein Extrembeispiel, aber für mich so, Bro, das, eigentlich darf es das nicht geben, wenn du einen fairen Sport haben willst. Eigentlich darf so jemand nie wieder einen Kampf leiten, Digga, das ist kein Verständnis von MMA. Ja, leider, leider muss man das so sagen. Trotzdem, jetzt aus der Promoter-Brille oder aus deiner Brille, scheiß mal auf Fairness im Sport, was willst du sagen? Behalten oder nicht? Oder, was heißt behalten, also, sollte der Schiedsrichter eingreifen dürfen oder wirklich nur, wenn es einen Regelverstoß gibt? Dadurch, dass wir jetzt so ein Negativbeispiel genannt haben, sage ich, nein, Schiri sollte nicht eingreifen, die Leute nicht wieder hochholen können. Natürlich, manchmal ist das brutal langweilig, dann denke ich mir, alter, hol die Jungs hoch. Aber um so eine Situation vermeiden zu können, muss ich sagen... Sollen die Jungs einfach nicht mehr kämpfen. Sollen die einfach nicht mehr gebucht werden. Du hast das Problem auch einfach gelöst, wenn du einfach nur noch richtig gute Schiedsrichter hast. Ja, also wie gesagt, ich finde, ein schwieriges Thema. Das Ding ist, ich würde auch sagen, wenn der Kampf quasi wirklich so langweilig ist und da passiert nichts, hol die hoch. Aber dann gibt es immer wieder Experten, die das nicht checken und dann... Ja, safe. Weißt du? Und allein aus dem Grund würde ich sagen, sollte das gar nicht passieren. Und es wäre halt wirklich vom Sportgeist her wahrhaftiger, um das mal so zu formulieren. Noch eine Frage, und zwar, das ist ein Thema. Regelverstöße, sowas wie Eye-Pokes, Schläge unter die Gürtellinie, kommen häufig vor und haben extreme Auswirkungen auf den Gegner. Ja, wenn du einen Eye-Poke kriegst oder einen Schlag in die Weichteile, das ist schon heavy. Jedoch werden die ganz selten oder nur nach mehrmaligem Vergehen dann wirklich mit Punktabzug bewertet. Ja. Findest du das fair? Weil du benachteiligst, also du wirst benachteiligt, wo du nichts falsch gemacht hast und häufig wird der... Ein Käfig greifen zählt auch dazu. Auch, auch, ja. Digga, ich hätte da irgendwie Bock, einfach nur für den Zuschauer wieder... Das ist richtig gescheit. Das ist richtig gescheit. Kartensystem wie im Fußball. Einmal Verstoß gelbe, zweite rote Karte kam verloren. Wäre krass. Wäre extrem hart. Wäre extrem hart. Aber das würde keiner machen. Aber überleg mal, wie oft... Okay. Wie oft hast du schon mal jemanden unabsichtlich in die Eier getreten im Sparring? Du auf jeden Fall... Du häufiger mir als ich dir auf jeden Fall. Aber in den acht Jahren kam es vielleicht dreimal vor. Das heißt, wie hoch... Aber die habe ich nicht vergessen. Die drei hast du gefressen. Aber wie hoch ist die Chance, dass ich jetzt im... Okay, aber ab und zu greift man auch mal unabsichtlich in den Käfig. Käfig immer noch. Nicht daran denken. Ja. Auch wieder ein sehr schwieriges Thema. Es ist... Weißt du, warum ich sogar sagen würde, dass Tritt in die Weichteile nicht so schlimm ist? Klingt dumm. Sackstutz. Nein, aber das kannst du als Angreifer nicht direkt beeinflussen. Und du hast fünf Minuten Zeit, dich zu erholen. Ja. Bei deinem Eilpunkt natürlich auch. Kommt, wenn der Refuge es sieht, natürlich alles wieder, ne? Ja. Aber guck mal, zum Beispiel... Ich trete dir... Ich mache ganz normal einen Middle Kick oder einen Front Kick. Front Kick ist immer sehr gefährlich für sowas. So. Und in dem Moment gehst du nach vorne. Also ich führe meine Technik quasi richtig aus. Aber du benimmst dich in dem Moment untypisch. Ja. Und ich trete dir richtig in die Eier. Klar ist dumm, aber ich habe an sich keinen Fehler gemacht, weil auch deine Aktion dazu führt. Ja, ja, safe. Hast du das gesehen, was ich dir neulich geschickt habe, wo der Typ ein Flying Knee macht? Und in dem Moment schlägt der Gegner direkt zum Körper. Ich wusste direkt an sowas, denke ich schon. Haut ihm direkt in die Eier. Ja, so blöd. Aber das ist so ein Szenario, was du gerade gesagt hast. Genau. Man will ihn gar nicht da treffen, aber weil er sich scheiße bewegt, triffst du ihn da. Deswegen ist es bei Schlägen unter die Gürtellinie schwierig, pauschal zu sagen. Bei Eipoks ähnlich? Nein, sehe ich null. Okay, Hände zu. Bei Eipok, wenn du die Hände aufmachst, also wenn du die Hände zumaß, kannst du machen, was du willst, wirst du ihm keinen Eipok geben. Natürlich ist es eine harte Auslegung, weil es passiert halt oft, wenn du versuchst, Distanz auszumessen. Liebe Grüße an John Jones an der Stelle oder auch Kormier. Kormier hat daraus eine Praxis gemacht. Ich will ihm jetzt nicht unterstellen, dass er das extra gemacht hat, aber manchmal war es schon so... Es gibt schon einige, wo das schon echt häufiger auftritt. Und das Ding ist halt auch, wenn du mit Boxhandschuhen, was halt auch vorkommt, wenn du mit Boxhandschuhen Spargel machst oder generell trainierst, dann hast du halt auch noch mal, also hast du halt Hüfter, die Hände auf. Die natürliche Position geht nicht automatisch zu. Weißt du, was ich meine? Ja. Und wenn du zum Beispiel Distanz ausmistest mit dem Boxhandschuh beim Sparring zum Beispiel, du hast die Führhand draußen, da musst du ja nicht eine Faust machen unbedingt, sondern mit dem Boxhandschuh kannst du ja noch eine Hand machen. Hast du locker die Hand einfach. Genau. Und dann hast du halt sofort die Finger draußen. Deswegen, man kann sagen, oder oft ist es auch so, dass die Handschuhe da negativ Einfluss drauf haben, weil die von Onyx, wie die heißen, sollen wohl besser sein, weil die von Natur aus abgerundet sind. Was machen wir jetzt aber? Bestrafen? Ja, nein. Hertha bestrafen. Hertha bestrafen. Aber nur gelb, rot fand ich eigentlich recht interessant und cool. Stell dir vor, das erste Mal trittst du ihm unabsichtlich in die Eier. Eier würde ich noch nicht mal werten. Eier nicht rein, nur Eipok und Zaunfest. Außer es ist so wirklich Absicht. Ja, okay. Absicht. Das muss man dann, dann muss man wieder individuell entscheiden. Oder, oder, das wäre auch cool, das wäre kompliziert. Die Ringrichter kommen mit 30, 29 Punktvergabe nicht hinterher und der Schiedsrichter auch nicht. Stell dir vor, du trittst einen in die Eier und dann hast du Mittelkick-Verbot oder so, Verbot in dem Bereich zu kicken. Das nur noch. Ja, ob du das umgesetzt kriegst im Kampf. Das ist die Frage. Obwohl es scheiße kann, dann springt er hoch, du hast doch rechts und gerade, dann hast du die Eier weg. Ich wollte gerade sagen, da würde ich mich direkt so hinstellen, komm, tritt mir in die Eier. Das war meine Angst. Stell dir vor, die Leute machen dann daraus so Praxis. Die wissen, okay, wie beim Fußball. Wenn einer gelb hat, der versucht extra zu provozieren, damit er gelb-rot kriegt. Ja, safe würde ich machen. Ich würde dich nur an Käfig drücken, in der Hoffnung, dass du dich festhältst. Ich würde nur in meinem Becken vorfessen in der Hoffnung, dass es mir nicht weich trägt. Schwierig, schwierig. Ja, wirklich. Aber ich bin auch dafür, härter bestrafen. Ja, härter bestrafen, das können wir festhalten. Härter bestrafen schon. Ich habe jetzt noch ein Thema. Also ich glaube, ich hatte auch diese 1-2-6-Ellbos, für die Jon Jones mal disqualifiziert wurde, also Ellbogen von unten nach oben, die er nicht erlaubt ist. Von unten nach oben oder von oben nach unten? Von oben nach unten, sorry. Der nicht erlaubt ist. Also, dass das Quatsch ist, das brauchen wir nicht diskutieren. Deswegen wollte ich es eigentlich gar nicht mit aufnehmen. Also, warum sollte es verboten sein? Also, das ist Quatsch, dass es verboten ist. Also, eines der größten Skandale, in Anführungsstrichen. Deswegen habe ich das jetzt auch so abgetan. Ja. Ich habe noch eine Sache, die letzte. Und zwar, was glaubst du ist der perfekte Ort für einen Kampf? Findest du Cage? Ist das Richtige? Ja, eigentlich schon, ja. Ich überlege gerade, welche Umgebung Kneipe. Du kennst das in Russland, diese Videos, die in Telefonzelt oder im Auto sind. Telefonzelt oder Cabrio, ja. So weit will ich nicht gehen, aber wir haben, wir kennen hier aus Pride, oder auch NFC hat das jetzt gemacht, Kämpfe im Ring. Ja, finde ich nicht geil. Finde ich Müll, also ist auch Katastrophe. Vor allem, vielleicht auch vorweg, der Käfig war damals dafür da, sieht zwar sehr barbarisch aus, das war ein Sicherheitsaspekt. Wie häufig ist das schon passiert bei Ring, beim ganz normalen Ring, dass du einen Take-Down probiert hast und die Leute da durchgeflogen sind. Ja. Und beim Käfig kann das halt nicht passieren. Also daher kommt überhaupt der Käfig. Aber es gibt ja, wie heißt das, Karate-Kombat. Die haben das wie so einen leeren Pool quasi. Ja, ja, safe. Safe. Wie findest du sowas? Ja, weiß ich nicht. Wenn du dann da an die Wand gedrückt wirst, dann liegst du da halb. Ja, das ist schwierig. Dann kannst du auch gleich in Strohbein kämpfen, Alter. Ja, ja. Aber man muss sagen, der Cage, der Sport hat sich halt so entwickelt, der ist ja, wenn du den rausnimmst, der ist für viele Kämpfer essentiell. Also Cage-Work ist ja ein ganz großer Punkt, sag ich mal, im MMA. Ich glaube, Joe Rogan hat das mal erzählt. Er würde es mal lustig finden. Kennst du wie damals Karate-Kit? Dass sie so ein Podium hatten, ohne irgendwas. Dann an der Seite geht es runter. Geht es runter. Aber stell dir mal vor, du hast das so in der Größe eines Fußballfelds. Und dann sagst du, die treffen sich ja mit und sagst Go. Und dann sitzen da so rum. Wäre ein bisschen crazy. Weißt du, wo ich das gesehen habe? In Polen tatsächlich. Gefühlt ein runder Kreis. So ähnlich wie beim Sumo-Ring. Bisschen größer. Und dann an der Seite. Lass es halt vielleicht 30 cm, da ging es runter. Aber auf jeden Fall abgegrenzt. Ja, ja. Da hat der Gegner von mir gekämpft aus dem UFD-Gym, gegen den ich meine erste Niederlage habe. Ja, ja. Der hat so eine Kämpfe gemacht. Auch ohne Handschuhe. Wie hieß das? Ja, ja, ja. Klar. Die hatten in Polen so eine Veranstaltung. Ah, ja. Ich würde sagen, ich brauche den Käfig. Ich muss sagen, auch so vom, wenn ich sage, okay, was jetzt, wäre jetzt so der coolste Ort, wo ich kämpfen könnte, wo ich auch meine Vorteile davon habe, würde ich sagen, Alter, so ein runder Oktagon von Bellator feiere ich. Ey, ich finde die auch extrem. So, weißt du? Ja, ja. Rund finde ich schon geil, noch mehr als so ein Oktagon. Ja, finde ich auch cool. Ja, und sich. Du hast es gerade angesprochen. Sorry, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Mücken, oder was? Ich sehe auch die ganze Zeit hoch fliegen. Sorry. Was hältst du von, weil du hast es gerade angesprochen, Bare Knuckle im MMA? Ich glaube, Masvidal macht, glaube ich, sowas. An sich finde ich es jetzt nicht verkehrt, aber zum Schutz der Kämpfer, gerade was Katz angeht und so weiter, Handschuhe ist schon wichtig. Ich muss sagen, ich glaube, es ist jetzt kein großer Unterschied, ob ich dich mit einem 4-unzenden MMA-Handschuh schlage oder Bare Knuckle. Ja. Wird genauso hart ankommen, nur deine Haut reißt halt schneller auf. Ich, ja. Oder? Ja, also ich glaube auch. Widersprech gerne, wenn ich falsch liege. Nein, 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 ich bin absolut bei dir. Ich glaube, es schützt null Komma gar nicht den, den, der die bekommt, die Handschuhe. Also, der, der den Schlag kriegt, der spürt selber einen Wirkung. Für den ist kein Unterschied. Mit dem Handschuh oder mit dem Bärnackel. Ich würde sogar sagen, mit Handschuh kriegst du mehr, weil die Leute nicht so auf die, also, weil die will dazu schlagen. Ja, Bärnackel musst du noch mehr gucken, wo schlage ich hin, hau ich auf den Schädel, brech mir noch die Hände. Genau, genau. Darauf hätte ich zum Beispiel auch keinen Bock. Und, das wäre mein zweiter Punkt, ja. Ja. Das Ding ist, guck mal, angenommen, du kämpfst Bärnackel, du brichst dir viel häufiger die Finger. Das behindert dich bei der Regeneration. Du kannst nicht so häufig kämpfen im Jahr. Ja. Das ist für die Veranstaltung einfach nicht so cool. Deswegen würde ich auch safe sagen, am Anfang dachte ich, ja, mach Bärnackel, weil das ist so natürlich, wie es geht. Aber da geht es wieder so ein bisschen um die Vermarktung, einfach den Schutz der Kämpfer, damit der Kampf nicht sofort am Augen wird. Und, stell dir vor, du triffst zwei, dreimal gut, da reicht ein Jeppchen aus, hast direkt einen Cut und der Kampf nach zwei Minuten zu Ende ist auch wieder Kacke. Auch für die Zuschauer. Sein Kampf soll ja schon, im Idealfall soll es ja eine Schlacht werden. Und die Schlacht läuft ja nicht nur zwei Minuten, sondern im Idealfall haust du dir über dreimal fünf Minuten richtig hart in die Fresse. Ja, ja, safe. Und sowas funktioniert nicht gut mit Bandagen, nur dann siehst du aus wie Scheiße danach. Ja, ja. Was zum Beispiel geil ist, ist Kickbox mit MMA-Handschuhen. Ja, sowas ist krass. Wie wollen das machen? Ich finde, MMA-Handschuhe sind schon somit das Coolste. Weil die schützen deine Hand noch ausreichend, aber hat nochmal eine ganz andere Schlagwirkung als mit einem Boxhandschuhen. Ja, Mann. Gibt es noch irgendwelche Grappling-Techniken, die verboten sind, wo wir sagen, hätten wir eigentlich Bock drauf? Kennen wir uns beide nicht aus. Ich glaube, es wurde mal diskutiert, dass man den Oblie-Kick verbietet. Weißt du, den Front-Kick aufs Knie, diesen von Jon Jones. Ja, safe. Da erke ich mir so voll der Quatsch, weil es ist eine ganz normale Technik und prinzipiell beim Heelhook oder so machst du das Knie auch kaputt. Musst du verteidigen können. Also wie gesagt, an sich bin ich immer ein Freund davon, was Techniken angeht, so viel wie es geht zu erlauben. So viel wie es geht, Schaden anzurichten. Kann man auch sagen. Weil umso besser muss die Defensive dann sein. Ja. Je mehr Einschränkungen du hast, desto weiter weg bist du von der Realität. Ja, safe, safe. Leute, schreibt gerne mal rein, was ihr davon haltet, von unseren Meinungen. Ist jetzt natürlich auch so Freestyle dahingesagt. Ist jetzt auch nicht alles super überdacht, aber ich glaube, es wäre schon lustig mal sowas. Eins zu eins, als würden wir das so Baukasten-Prinzip, so wie wir es heute gesagt haben, so eine Veranstaltung geben. Wäre auf jeden Fall cool. Vielleicht machen wir eine eigene Veranstaltung. Das wäre das. Schön. Ja, wie gesagt, schreibt gerne rein, was ihr davon haltet, von den Regeln und welche Regeln No-Go ist oder wie eure Meinung zu den bestimmten Sachen ist und dann hören wir uns am Mittwoch wieder und wir wünschen euch noch einen schönen Sonntag. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Ciao. 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 Tschüss. Tschüss.